Leute, wir sind jetzt hier gleich bei der Mahnwache vom Hauptbahnhof. Wir kommen jetzt gerade vom Friedenscamp, damit die Leute, die jetzt nicht hier sein können, das auch mitbekommen können. Vielen Dank. Und schaut euch diesen Absatz 4 mal an. Ja, scheint eine sehr schöne Mahnwache hier zu sein. Also vielen Dank an alle, die mit dabei sind. Da ist Christian, der mir meine Schuhe mitbringt. Alles klar.